Hallo und herzlich willkommen meine Ladies and Gentlemen. In diesem Video soll es darum gehen, wenn ihr mit eurer Fritzbox Probleme habt im aktuellen Zeitpunkt, dann kann das daran liegen, dass die Telekom oder generell die ganze Technologie aktuell auf Vectoring umgestellt wird. Das bedeutet im Grunde genommen, dass ein Ausgleich sozusagen stattfindet und da wird euer Router ein bisschen mehr beansprucht. Beziehungsweise es ist einfach eine andere Technologie. Wer sich genau darüber informieren möchte, Wikipedia steht euch natürlich bereit, aber ich erkläre euch jetzt heute, wie ihr die dadurch entstehenden Probleme, dass ihr ständig Disconnects bekommt und und und, ein wenig in den Griff bekommen könnt. Ich habe hier die alte Fritzbox 7390 hier in der Hand. Die haben viele von euch wahrscheinlich auch zu Hause stehen. Das ist jetzt hier diese Home Server Edition 50.000 plus und so weiter. Ist eine coole Fritzbox, auf jeden Fall hat mir jahrelang gute Dienste geleistet. Und ihr seht auch hier noch das 1&1 Logo drauf, genauso wie hier. Aktuell bin ich aber da nicht mehr, aber dazu später mehr und auch zu diesem Paket hier später mehr. Aber diese Fritzbox 7390, wie gesagt, hat mir jahrelang gute Dienste geleistet. Das Problem bei diesem Gerät ist aber, dass die meisten von euch, die das Ding zu Hause stehen haben, werden keine Garantie mehr darauf haben. Und da wir keine Garantie haben, haben wir nur die Möglichkeit, entweder mit der Firmware etwas zu ändern oder halt eben mit den Einstellungen etwas zu ändern. Und Firmware mäßig würde ich ganz klar euch empfehlen. Wir können ja einfach mal hier auf Google gehen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir gehen hier einfach auf google.de. Und dann gebt ihr einfach bei Google ein, Fritzbox 7390 und dann, wie war das genau, Laborversion. Da haben wir es, Laborversion, Firmware installieren. So, wenn wir das hier so eingeben, können wir hier auf den ersten Link direkt klicken. AVM 7390, neue Laborversion. Klicken wir mal drauf hier, zack. Und dann sehen wir auch hier schon die Router. Gut, das ist jetzt die offizielle Fritzbox Version. Das ist halt eben die 1&1 Version, deswegen ist die schwarz. Fritzbox Version ist halt eben rot-silber. Gibt es wahrscheinlich auch noch andere Farben, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann haben wir hier den Link zum Fritz Labor. Genau, und da können wir hier nochmal verschiedene Release Dates sehen und so weiter. Hier sehen wir Release für Fritzbox 7590, 7580, 7560. Also das ist für uns nicht interessant. Dann haben wir hier Labor für Fritz 7490, 74, 73, 62. Also das auch nicht für uns interessant. Und hier haben wir Wartungsupdate 7390 und so weiter. So, also das ist genau das, was für uns interessant ist. Klicken da dann drauf und dann hier Hinweise zur Installation und so weiter und so fort. Klicken Sie hier auf die aktuelle Release. Ich mache mal einfach hier das kurz in einem neuen Tab auf. Dann haben wir hier quasi so ein paar Instructions, wie quasi das Ganze installiert wird. Prinzipiell relativ easy, kann ich auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Und genau, hier haben wir auch nochmal verschiedene Punkte. Lesen Sie bla bla bla, downloaden Sie den Zip und so weiter. Jetzt gehen wir hier einfach mal auf den Download. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Diese Version ist jetzt für mich nicht relevant, aber ich zeige es euch trotzdem mal. Wir gehen es mal ganz kurz durch, weil es bringt auf jeden Fall mehr Stabilität in eure alte Fritzbox rein. Und jetzt sehen wir hier, wenn wir auf diesen Download geklickt haben, haben wir hier nochmal 7272, dann hier 7390 und 7412 stehen. Ihr ladet natürlich euer Paket für die 7390 runter, wenn ihr die 7390 habt. Ich kann jetzt halt eben nur mein Beispiel nennen, was ich gemacht habe, um mehr Stabilität dann reinzubekommen am Anfang, als das mit dem Vectoring angefangen hat. Und genau, das habt ihr jetzt einfach runtergeladen, seht ihr jetzt hier. Und dann haben wir hier die Möglichkeit auf Assistent zu klicken. Und dann haben wir hier, irgendwo war das mit dem, genau hier Update. Da könnt ihr dann drauf gehen und dann haben wir hier, entweder könnt ihr hier neue FritzOS suchen klicken oder ihr könnt auch hier auf FritzOS Datei klicken und könnt dann jetzt hier zum Beispiel erstmal eure Einstellungen sichern. Das könnte ich jetzt gerade mal machen. So ein ganz sicheres Passwort auswählen ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Die Datei ist jetzt hier irrelevant, aber ein ganz wichtiges Passwort. Dann Einstellungen sichern und dann kriegt man hier so eine kleine Dings, dass man entweder auf einem DECT-Telefon, also einem DECT-Telefon, was an der Fritzbox angelernt ist, soll man dann entweder hier diesen Code einmal eingeben oder man klickt hier auf kein Telefon, bestätigen mit Fritzbox-Taste. So, da klickt ihr da drauf und dann drückt ihr hier zum Beispiel irgendeine Taste, spielt überhaupt gar keine Rolle, eine der Tasten, die hier eben drauf ist, einmal drauf drücken. Dann blinkt das hier ganz kurz einmal auf, also dann blinken alle Lichter einmal auf, gehen dann wieder in den Zustand zurück, wie sie vorher eben geleuchtet haben und damit bestätigt ihr sozusagen, dass ihr jetzt dann quasi erstmal einen Backup macht von eurer Fritzbox, von den Einstellungen, von den IP-Adressen der Geräte und, und, und. So, im nächsten Schritt könnt ihr dann einfach dann diese Datei hier auswählen, ja, das muss man erstmal entpacken oder so. Auf jeden Fall könnt ihr da diese Datei dann auswählen, klickt dann auf Update und dann kriegt ihr die neue Laborversion der Fritzbox auf eure Fritzbox drauf. Auf jetzt in dem Fall die 7390. Ihr seht hier oben auch schon im Fritzbox, hier steht 7590, weil das ist die, die ich aktuell hier angeschlossen habe, aber dazu gleich später mehr, warum ich die jetzt habe. Und, genau, wenn ihr das dann gemacht habt, dann gibt es eine weitere Einstellung, und zwar geht ihr dann hier unter Internet, da klickt ihr als nächstes drauf, so, na, komm, Internet. Dann hier DSL-Informationen, und dann habt ihr hier rechts den Reiter Störsicherheit. Falls das bei euch nicht angezeigt werden sollte, dann habt ihr hier unten die Möglichkeit, na, jetzt spackt das ein bisschen, komm, einmal neu laden eventuell, dann muss ich mich nochmal neu einloggen wahrscheinlich, ja. Genau, falls das bei euch nicht angezeigt wird, ja, dann habt ihr hier unten die Möglichkeit, ihr seht hier, Ansicht steht jetzt aktuell auf Erweitert, und wenn ihr da draufklickt, jetzt steht Standard, und jetzt drücke ich nochmal drauf, jetzt steht Erweitert. Schaut bitte darauf, dass das hier auf Erweitert steht, und dann wie gesagt auf Internet, DSL-Informationen, und dann hier oben auf Störsicherheit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aktuell seht ihr hier bei meiner Fritzbox 7590, die ich jetzt hier eingestellt habe, steht das Ganze hier alles rechts auf Maximale Performance. Wenn ihr die 7390 oder irgendein älteres Modell habt, mit dem ihr aktuell Probleme habt, ja, Punkt 1, Modellname der Fritzbox bei Google eingeben, und dahinter das Wort Laborversion. Also, Firmware, Laborversion, was weiß ich, ne, sodass ihr auf diese Webseite kommt eben, wo ich das bei AVM hier gesehen habe. Ich werde euch auch nochmal hier einfach diese Hauptseite, wo ihr die ganzen verschiedenen Versionen, hier diese Webseite, FritzLabor, das werde ich euch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr da einfach draufgehen könnt, und dann für eure Fritzbox eben die Laborversion euch mal raussuchen könnt, wenn ihr mit diesem Vectoring Probleme habt, ja, sprich, die ganze Zeit Verbindungsabbrüche habt. Dann könnt ihr euch das installieren, dieses Update von der Laborversion, und dann geht ihr hier in diese Einstellung rein, bei Störsicherheit, und stellt hier 1, 2, 3, 4, ich glaube, bei der alten Fritzbox 7390 waren es sogar nur drei Regler, hier sind es halt eben jetzt vier Regler, die stellt ihr auf Maximale Stabilität, dann klickt ihr auf Übernehmen, in der Regel wird dann die Fritzbox einmal neu gestartet, und dann sollte euer Internet auch wieder einigermaßen stabil laufen, oder zumindest die Verbindungsabbrüche, ja, der Abstand dazwischen, der sollte größer sein, dass es nicht alle fünf Minuten abbricht, sondern vielleicht alle zwei Stunden mal oder so abbricht, ja, und das ist auf jeden Fall einstellungsmäßig etwas, was ich euch wirklich wärmsten ans Herz legen kann, was ihr probieren könnt, und wenn es dann immer noch zu große Probleme gibt damit, dann würde ich euch echt empfehlen, dasselbe zu tun, was ich getan habe, und zwar habe ich dann gesagt, okay, liebe Fritzbox 7390, du hast mir jahrelang gute Dienste geleistet, aber geh mal weg, ja, so muss ich es ganz klar sagen, habe dann bei 1&1 angerufen, denn bis dato war ich noch bei 1&1 Kunde, bin ich auch immer noch tatsächlich, bis Mai 2019 habe ich nämlich einfach zwei Verträge, denn ich habe mir einen Vertrag bei der Telekom gemacht, ja, hier, zack, boom, bang, richtig coole Sache, und die Telekom, die hat nämlich jetzt die Möglichkeit, jetzt dadurch, dass das Ganze auf Vectoring umgestellt wurde, mir anstatt einer 50.000er Leitung hier schon eine 100.000er Leitung anzubieten, und natürlich auch im Upstream habe ich da ein wenig mehr als jetzt aktuell bei 1&1. So, aber das wird jetzt demnächst alles erst noch freigeschaltet werden, am Freitag kommt da jetzt nochmal ein Techniker vorbei, und dann sollte ich eventuell auch dann schon die 100.000er Leitung haben, was richtig, richtig geil wäre, aber das ist dann auch noch nicht das Ende vom Lied, ich will nämlich dann auch noch mehr, und bin dann überlegen, beziehungsweise am quatschen mit der Telekom, wie das aussieht mit Fiber to the Home, also FTTH, vielleicht haben auch schon davon einige gehört, weil so eine 1Gb-Leitung, die klingt doch irgendwie schon ziemlich schmackhaft, vor allem wenn man, ja, das hier alles und Stream und so weiter, Videos hochladen, das braucht halt alles Bandbreite, und da ist so eine 1Gb-Leitung schon echt eine coole Sache. So, und da habe ich mir nämlich dann gesagt, okay, ich hole mir jetzt hier einfach die, hier auch Home, Server, Speed+, und so weiter, habe mir jetzt dann hier die Fritzbox 7590 geholt, die ist jetzt auch aktuell angeschlossen, da sind wir auch gerade im System ja drin gewesen hier, und das ist halt eben wirklich ein Ding, da hast du echt keine Probleme. Ja, das Ding hat halt hier einfach die Möglichkeit, das kann hier sogar die, hier Gigabit, WAN-Anschluss, 10, 100 und auch 1000, ja, das heißt, hier haben wir quasi die 1Gb-Leitung in Anführungszeichen, die hier unterstützt wird, wenn ich das richtig verstehe, und das ist halt auf jeden Fall eine coole Sache, vor allem, das ist, glaube ich, auch die neueste Fritzbox, die es jetzt aktuell von AVM hier eben gibt, und ich packe euch die einfach mal in die Videobeschreibung, könnt ihr euch mal so die ganzen Specs und sowas durch, ich bin ganz ehrlich, ich kenne mich mit den ganzen Gedönse da nicht aus, ja, was da so alles so draufsteht, ich weiß nur, dass es aktuell die neueste und die ziemlich geilste so für das, was ich alles hier mache, ist, und auch Smart Home-mäßig, ich habe halt meine, ich habe ein Backup von der Fritzbox 7390 gemacht und habe das Backup hier auf der 7590 aufgespielt, damit eben Smart Home-mäßig meine IP-Adressen alle gleich sind. Ich sage euch, es wurden die meisten Geräte mit übernommen, ich glaube, hier bei zwei Kameras musste ich dann manuell nochmal die IP-Adresse anpassen, aber das ist, ja, wenn ihr euch vorher einfach mal eine Liste macht und sagt, okay, das Gerät hat die IP-Adresse, das Gerät hat die IP-Adresse und so weiter und so fort, und dann ist es auch kein Problem, weil dann könnt ihr im Nachgang einfach gucken, okay, er hat sich jetzt hier irgendwas verstellt, das Problem ist halt, ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst ja erstmal das Gerät einrichten, so. Wenn das Gerät eingerichtet ist und die ganzen anderen Geräte schon im Netzwerk ja drin hängen, die Fritzbox hat ja einen DHCP-Server, das heißt, die versucht schon natürlich, den Geräten, die an ihr dranhängen, per DHCP einfach IP-Adressen zuzuweisen und danach kommt ihr mit eurem Update und sagt, ähm, ja, also, ich würde jetzt aber gern, dass das Gerät jetzt die IP-Adresse hat zum Beispiel. Und das ist dann halt einfach so ein Ding, da kommt die Fritzbox halt manchmal ein bisschen durcheinander und, äh, ja, ich hab das dann manuell ein bisschen noch angepasst und gut warm. Also, wie gesagt, die, diese Einstellungen hier von wegen Störsicherheit, ja, das ist halt eben so der erste Punkt, der erste Anlaufpunkt, den ihr mal machen solltet, wenn ihr Probleme habt wegen dem Vectoring, wenn ihr vielleicht in der letzten Zeit irgendwas von Vectoring gehört habt und dann plötzlich irgendwelche Internetabbrüche da sind, dann, äh, ist das eventuell in Einklang zu bringen. Dann einfach, wie gesagt, Störsicherheit auf maximale Stabilität stellen, könnte eventuell helfen und wenn nicht, ne, einfach hier eine Fritzbox 7590, habt ihr weniger Probleme mit. Ihr könnt auch einfach, so wie ich es auch gemacht hab, mal bei eurem Anbieter anrufen, will ich euch nicht verheimlichen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu Amazon von dem Gerät, aber wenn ihr jetzt bei der Telekom 1&1, Vodafone, wo auch immer seid, ruft da als erstes mal an und sagt, hier, äh, der Hayop Haider von YouTube, der hat gesagt, äh, wenn ich mal was von Vectoring gehört hab und dann auch Verbindungsabbrüche und so weiter, dann könnte das eventuell auch an meiner Fritzbox liegen. Ich hab das jetzt hier schon mal auf maximale Stabilität eingestellt, aber es tut sich immer noch nix. Und der hat dann gesagt, so eine Fritzbox 7590 könnte da eventuell Abhilfe schaffen. Habt ihr so ein Ding da, kriege ich das vielleicht kostenlos, weil halt eben die 7390 ja halt, ne, das Produkt, was ihr mir zugeschickt habt, leistet jetzt nicht mehr das, wofür ich bezahle. Könnt ihr mir ein Produkt zuschicken, was das leistet, wofür ich die Leistung bei euch bezahle? Irgendwie sowas in der Art. Kann man da mal ja mal probieren. Vielleicht kriegt ihr es kostenlos oder vergünstigt oder, oder, oder. Ähm, ich sag euch ganz ehrlich, ich hab die hier bei 1&1 auch günstiger bekommen, als die bei Amazon, äh, was die bei Amazon gekostet hätte. Ich glaub, ich hab 160 Euro oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall, es hat wesentlich weniger gekostet, als wenn ich sie mir quasi brandfree, äh, bei Amazon gekauft hätte. Genau. Und, äh, lange Rede, kurze Sinn, das ist jetzt alles mal so viel zu der Erklärung, wenn ihr da Internetprobleme hattet. So. Und jetzt zu dem, äh, Punkt, warum überhaupt ich jetzt, äh, zur Telekom gewechselt bin, ne, und mir hier, also, ne, ist jetzt hier noch 1&1 auch, aber hier, warum ich zur Telekom gewechselt bin. Und, äh, ja, ganz einfache Erklärung. Dadurch, dass jetzt auf Vectoring umgeschaltet wurde und die Telekom natürlich, ja, das Leitungsrecht als erstes Mal so hat, können die natürlich auch vor allen anderen Drittanbietern, äh, weil das ist, die nutzen ja dieselbe Leitung, die 100.000er Leitung anbieten. Ich wollte natürlich so schnell wie möglich die 100.000er Leitung haben, weil 100.000er Leitung bedeutet nicht nur 100.000 im Download, sondern auch der Upload steigert ja sich, ne. Aktuell ist es ja so, ich habe 50.000 im Download und 10.000 im Upload. Bei der 100.000er Leitung der Telekom habe ich 100.000, gut, manchmal auch weniger, ne, manchmal sind es auch nur 80.000, 90.000, was, kann immer mal sein, äh, im Download, aber das spielt für mich gar nicht so die große Rolle, aber der Upload, der ist anstatt 10.000 dann so, glaube ich, bei 30.000, 40.000, ja, das heißt, ich habe nochmal das 3-4-fache der Geschwindigkeit von dem, was ich jetzt habe im Upload und da ich jetzt ja auch angefangen habe zu streamen, ja, auf Twitch, also für alle Leute, die jetzt irgendwelche Technik, Smart Home, 3D-Druck, äh, was weiß ich, äh, Elektromobilität, irgendwelche Fragen haben, ich verlinke euch auch mal unten nochmal meinen Twitch-Kanal, weil dort, äh, sowohl im Forum könnt ihr irgendwelche Fragen an der Community stellen, aber wenn ihr Fragen direkt von mir beantwortet haben möchtet, dann bitte nicht irgendwie Facebook, WhatsApp, E-Mail, was weiß ich, beantworte ich alles nicht, weil das, ich kriege da über 300, 400 Nachrichten, das kann ich einfach nicht handhaben, das geht nicht, aber was ich kann ist, wenn ich am Streamen bin bei Twitch, meistens spiele ich ja irgendwelche Pokémon, Beyond Good and Evil, irgendwelche Oldschool-Spiele, was aber eigentlich auch egal ist, weil diese Spiele, die ich dort spiele auf Twitch, sind eher nebensächlich, denn es geht hauptsächlich um den Chat, sprich, wenn ihr mir irgendwelche Fragen zum Thema Technik, Smart Home, 3D-Druck, was weiß ich, stellt, dann werde ich gucken, dass ich die beantworten kann, wenn ich denn eine Antwort darauf habe, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich wirklich keine Antwort habe, dann verweise ich euch auch dort halt einfach auf den, auf das Forum zum Beispiel, weil da in der Community einfach Leute sind, die richtig viel Ahnung haben und ja, da ist so eine 100.000er-Leitung, gerade mit dem vielen Upload und so, ja, wie gesagt, 30.000 bis 40.000er im Upload, das ist natürlich schon sehr nice, ja, und gerade wenn halt auch meine Frau streamt und ich streame auch noch, das heißt, wir haben dann zwei Streamer hier am Start, da ist es schon ganz gut und hierzu habe ich mir auch noch was geholt, das ist nämlich der nächste Punkt, aktuell habe ich ja eine Facecam, eine ganz normale Full-HD-Facecam, mit der ich streame, ist auch eine gute Facecam, aber ich habe da mal jemanden gefragt, dass ich da mal nochmal eine andere Facecam für, also quasi meine Frau und ich, die haben beide, wir haben jetzt beide eine andere Facecam und zwar diese hier, ja, und zwar ist die auch wieder von Aukai, genau wie die davor auch, nur es ist jetzt eine 2K-Facecam, klar, der eine oder andere mag jetzt vielleicht sagen, ach, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich wollte es einfach nochmal euch ganz kurz mal zeigen, ich werde euch gleich nochmal ganz kurz eine kleine Szene reinschneiden, wie ich das, ja, eben im Streaming-Setup dann halt eben verwenden werde, werdet ihr einfach gleich so eine kleine Beispielaufnahme nochmal sehen, die blende ich euch jetzt hier an der Stelle mal kurz ein, so, hier mal eine ganz kurze Aufnahme, wie das jetzt halt eben aussieht in meinem Gaming-Setup, ihr seht, ich bin hier gerade ein bisschen Pokémon am Spielen und zwar ist das hier die alte Aukai-Kamera, auch ein ziemlich gutes Bild, kann man nicht meckern, aber jetzt passt mal auf, jetzt schalte ich jetzt hier mal live auf die andere Kamera, die ist jetzt ein bisschen ein anderes, äh, andere, äh, Winkel, aber, bumm, ja, das ist eine ganz andere Qualität, wenn ich jetzt hier auch wirklich mal nah rangehe, hier kann ich natürlich noch den, den, äh, Zoom, sage ich jetzt mal, also den, ähm, die Schärfe kann ich genau einstellen, wo ich jetzt eben die Schärfe haben möchte, ich kann jetzt jetzt mal hier live ein bisschen drehen, seht ihr, was ich meine, ja, jetzt haben wir ein bisschen Unschärfe da, jetzt haben wir ein bisschen, jetzt hier haben wir den perfekten Schärfepunkt eigentlich jetzt gerade auf meinem Gesicht, jetzt mache ich ein bisschen weiter so eben nach hinten, wobei, äh, ja, ich glaube, so ist hier hinten die Schärfe eigentlich relativ perfekt und, äh, ihr seht auch die ganzen Farben, ja, das ist, das ist viel mehr Dynamik in dem Bild drin, weißt du, jetzt, ich gehe nochmal zurück, ja, das ist halt einfach ein bisschen ausgewaschener, das Bild, die Farben sind ein bisschen ausgewaschener und, 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 äh, die Schärfe ist halt auch noch nicht ganz so da, wenn ich jetzt hier mal so rangehe, ja, ich meine, man erkennt zwar so ein bisschen, dass ich Barthaare habe, aber, ne, wenn ich jetzt hier hingehe, das ist natürlich was ganz anderes, auch farblich, einfach eine richtig coole Sache und, äh, ja, ist jetzt halt hier eben die neue OK 2K Webcam, die ich habe, richtig geiles Ding. So, soviel dann hier nochmal zu dieser Kamera, also echt ein richtig cooles Ding, wie ich finde, mit 2K Aufnahmen kann man richtig, äh, kann man absolut nicht meckern und, äh, ich sehe da auf jeden Fall eine Qualitätssteigerung zu dem Kamerabild, was ich vorher hatte, ähm, ja, und in diesem Sinne würde ich ganz einfach klar sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen mäßig habt, packt's ruhig in die Kommentare, packt's ins Forum, kommt zu mir in den Stream vorbei und dort werde ich auch eure Fragen beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt natürlich auch helfen hier, äh, zum Thema Internetgeschwindigkeit und, 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 wenn ihr da Probleme mit dem Vectoring halt eben hattet und, äh, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben und, äh, diesen Kanal abonnieren, denn Abonnieren auf YouTube ist kostenlos und wenn ihr den Kanal abonniert, hier einfach unten rechts unter dem Video seht ihr so einen Abonnieren-Button, könnt ihr draufklicken und wenn ihr das tut, dann könnt ihr auch die Glocke daneben aktivieren, dann verpasst ihr kein zukünftiges Video mehr hier auf diesem Kanal, ihr werdet dann immer kurz benachrichtigt, hier, zack, der High-O-Pay hat schon wieder ein Video hochgeladen, äh, wenn das dann vom Titel her etwas für euch ist, könnt ihr es direkt anklicken und anschauen und, äh, wenn nicht, dann halt eben nicht und, äh, in diesem Sinne, ja, ich wünsche euch allen noch weiterhin ein preiswertes Smart Home, macht's gut, bis zum nächsten Mal!